ja hallo meine lieben und herzlich willkommen zu the evil wind 2 ja und irgendwie habe ich den controller jetzt wieder so und wir haben da werte herrschaften hier vor der tür was hier hier müssen raus spüren sie die stimme des mädchens wieso denn jetzt warum sagt er mir das denn jetzt ja das ist immer das gleiche doch die liegen da aber immer noch lieb rum ja wir müssen trotzdem den kult finden für den computer ging es da in dem haus denn noch weiter hier ist auch noch mal etwas verschlossen aber ich denke mal einer von den ganz möbius die herumliegen werden die kutschen haben oder das ist halt nichts blinkert auch nichts mich irritiert dass die dass die halt so harmlos da rumliegen können sie mal hinzugehen zu dem zu dem trischmann rindmann läuft eine und da hat sie komischen nähblüben sich dreh dich mal um wohin weiter 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 gehen wir doch da gucken bei dem bei dem auto oder so bei dem militär auto das ist kein militär auto ja ich wollte da nur mal reinschauen da ist ein hydrant aufdrehen da da leitet strom du wolltest doch letztes mal wasser haben ja falls jetzt die ganzen fischer aufstehen weil guck mal die augen sind alle noch rot also ich bin mein leben leider noch kannst du ja schon mal aufdrehen sicherheitshalber ja wahrscheinlich stehen die auf wenn ich dann aufdrehe dann nehme ich schon mal ist das der bolzen ist das der richtige nachladen ja ich denke mal du musst die gleichen ja untersuchen irgendwie wegen dem code ja aber die haben ja nichts geht nichts ja bitte wenn die was hätten würden die ja blindsten bitte lauter fläche vielleicht gehen wir mal hoch ja noch nicht hm hm ich denke nicht dass der code relativ weit weg ist da wird schon irgendwo in der nähe liegen aber wo ist halt die frage ja in dem laster noch mal reingucken ich muss ja guck mal da neben dem laster hat gerade was geblinkert bei so einem typen ok doch nicht ach soll ich gerade so aus als wenn es geblinkert hätte kann es dann aber auf die leutefläche gehen vielleicht liegt da irgendwie hinter einer ecke drin oder so ich wundere es ehrlich gesagt dass die immer noch so harmlos da rumliegen auch nicht auch nicht hm hm guck mal da drinnen blinkels hm ne irgendwas spiegelt da oder hm 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 dann gehen wir ums haus rum vielleicht die zinten einer ich sehe ich überall was blinkeln hm 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 Okay. Ein paar Kisten. Da liegt noch einer. Ich höre aber jemand grölen. Zwar ein bisschen entfernt aber. Den haben sie aber gut zerstöckelt. Aber hier ist auch nichts. Ich sehe das aber auch so bei dem Spiel, dass du halt die Passwörter irgendwo finden kannst und musst dann herausfinden, zu welchem Computer die gehören. Siehst du? Das ist jetzt angenehm, dass das Passwort von dem Computer an der anderen Ecke von der Karte ist. Und das ist halt wirklich nur, dass die Typen die hier rumliegen irritieren sollen. Hm. Das kann natürlich sein. Weil ich glaube hier in einer unmittelbaren Umgebung ist nichts. Mich wundert es halt, dass die immer noch da rumliegen. Machen wir mal die Karte auf und gucken, ob es hier in der Nähe ist, wo wir noch hin können. Was ist denn da oben das Ding? Eine Mikrowelle. Ne, höher. Die Schießpulver. Die Schießpulver. Die Schießpulver. Die Schießpulver. Die Schießpulver. Ach ja, da hatten wir ja was gefunden, ne? Da können wir hin. Da blinzelt was unterm Auto, siehst du? Ich wollte gerade sagen, ja. Und am Auto kannst du auch noch mal gucken. Da liegt auch ein Typ drunter, da kommt gleich wieder raus. Oh, ne. Identlich nicht. Da kommt gleich raus und dann stehen die anderen auf. Oh, ne. Ne, 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 ne. Wobei da überfahren ist. Guck mal, das Auto steht direkt drauf. Da hat eigentlich gar keine Chance rauszukrabbeln. Du willst mich ja nur verarschen. Die sind alle tot und kommen trotzdem raus. Da ist er schon. Achso, ich habe also eine falsche Waffe. Da liegt. Da liegt. Da liegt. Ja, warte. Atmung. Wieso? So. Toll. Wegen so ein bisschen. Ich dachte, die ist so kurz drunter oder so. Dachte ich auch. Noch mehr Schießpulver. Noch mehr Schießpulver. Das hat keiner gehört. Das ist ja krass. Gehört vielleicht schon, das wird das gehen. Gut. Vielleicht wissen die auch, dass ich Angst habe. Und deshalb, ähm. Denken die sich auch. Dann warten wir bis zur nächsten Folge. Ne, dann gehen wir ja zu dem Waffenteil. Guck mal, vielleicht finden wir wirklich das Passwort später noch. Da blingst du da auch wieder raus. Oh, guck mal. Was? Was? Ja, ja, ich geh ja schon. Äh, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Ich wollte das andersrum sagen, aber... Ist die Porzellankiste die Mutter der Vorsicht? Ja, ne, die Mutter ist eine Porzellankiste, aber es passt in meinem Kopf nicht. Da steht unser neues Typ. Äh. Was ist denn das für ein Typ? Guck mal, wie er läuft. Ich könnte es denn... Du bist davor, den dreht er bestimmt. Wir müssen hinten rechts in dieses Häuschen, ne? Kann ich da nicht rumschleichen irgendwie? Jetzt dreht er sich zum Auto. Und dann... Guck mal, da... Das ist klar. Dann dreht er sich um. Geht wieder. Hier ganz unten. Da werde ich nicht herkommen, hintere Steine. Ah. Ich denke nicht. Ich würde sagen, geht zu dem weißen Transporter schnell. Bevor er sich umdreht. Jetzt läuft er vor Richtung zu dem blauen Auto. Die Frage ist bloß, was ist das? Ist das Gas? Das sieht ungesund auf jeden Fall aus. Jetzt könntest du... Langsam, oder? Ja, aber was soll ich denn machen? Den abmurksen von hinten, oder? Ja, ja, klar. Ach ja, klar. Nicht von der Seite. Geh links rum. Vorsichtig, vorsichtig. So, jetzt dreh da um. Jetzt geh, 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 geh. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Oh, nee. Scheiße. Was mache ich? Was muss ich machen? Ich will nichts mehr halten. Keine Ahnung, geh ins Haus rein. Oh Gott. Also, die machen Halluzinationen quasi. Also, Gas nicht gut. Gut. Ich weiß. Ich... Wenn ich... Guck mal. Dreh mal weiter rum. Ich tue die Kamera. Da steht sie. Oh mein Gott. Renn. Renn doch einfach. Ist mir scheißegal. Ich geh ins Haus. Dann ist sie bestimmt weg. Ich hab so übel Schiss vor dieser blöden Tussi. Warum? Ich würd noch mehr Raum machen. Ist bestimmt dann besser. Kommt die hier rein? Oh Gott. Ich weiß nicht, was die waren. Wo sind die Waffenteile? Such die Waffenteile! Hier sind doch keine! Hier sind doch nichts. Da! Unsichtbare. Unsichtbare. Wahrscheinlich, weil ich in einer anderen Welt bin, ne? Kann das sein? Der Waffenteil hat bestimmt ein Typen. Die können wir nicht nehmen, weil... Weil wir in einer anderen Welt sind. Irgendwann geht die denn wieder? Wie hast du das geschafft, dass die geht? Keine Ahnung. Ich bin einfach... durchgerannt. Ja, bin ich auch! Ich hab gerade übel Schiss hier! Dann mach doch mal das Tor auf. Oh Gott. Und dann? Und dann? Und dann? Oh! Hat die nicht gehört! Hat die nicht gehört! Hat die nicht gehört! Wir sind draußen! Hat die wirklich nicht gehört! Sackgasse! Ich weiß nicht, was ich machen soll! Keine Ahnung. Kann man die killen? Ich hab da doch so blöden Bolzen rein, dass die betäubt ist oder so! Ich will die nicht ärgern! Wieso? Was ist denn das? Ist das was geistliches? Oder ist das was... Die ist bestimmt nicht geistlich! Geistig! Oder was? Nein, Geist halt! Also nix reales! So, nur ne Fahrt haben bekommen! Ich mach ihn einfach hier weg! So! Aber schön! Du kommst gar nicht mehr raus aus der Welt! Nee! Das ist ein bisschen wie bei Freddy, ne? Hm! Traumbild! Irgendwas muss ich doch machen können, dass ich dann hier wieder rauskomme! Kann der sich nicht mal einen Schlag vorm Kopf geben? Hm! Gute Frage! Nächste Frage! Die Kiste kannst du gut machen! Nee! So ne Stahlkiste! Du musst doch irgendwas mit der Trudor machen auf jeden Fall! Ich kann sie dir wirklich bekämpfen! Ja, aber du hast sie doch auch quasi ignoriert! Jetzt seh ich gar nix mehr, weil ich überall Busch hab! Die Busch! Aber siehste, jetzt bist du hier in dieser... Hast jetzt hier die Welt getriggert und kommst halt nicht raus! Kann wahrscheinlich jetzt auch nicht speichern, oder? Da, ich bin wieder raus! Oh jetzt ja! Gott sei Dank! Jetzt ja! Ich geh speichern! Nee, geh wieder hin! Ich geh speichern! Geh wieder hin! Du hast noch 10 Minuten! Ich probier jetzt trotzdem erst zu speichern! Vor der alten hab ich echt Panik! Und warum? Weiß nicht! Ich lauf jetzt dahin und dann versuch ich das wirklich mal einmal mit diesem Schockbolzen, ob ich die erwische oder so! Die müssen ja jetzt wieder triggern, oder? Mhm! Mhm! Oh du kannst, guck mal, wenn du... Vielleicht sollte ich nicht so unten sein! Weiß nicht hier ein paar mehr unterwegs! Na die sind weit genug weg, hier sind ich nicht! Was wolltest du sagen? Vielleicht kannst du einfach nur schnell an den vorbei ran und dann gleich rein, ohne dass du halt in diese komische Welt reinkommst! Dass du wirklich erst wenn du in das Gas reinkommst, weißt du, der in diese komische Welt... ...betrittst! Ja, also darf ich den wahrscheinlich nicht von hinten abmeucheln! Nee! Vielleicht kann ich hintenrum schleichen! Also ganz hintenrum, wo ich gerade war, weißt du? Hm, okay! Wieso, wenn der jetzt hier vorne ist, schnell hinten rechts am Auto vorbei, rein in die Tür, fertig! Meinst du? Hm, na klar, hintererst! Okay, versuchen wir! Ich würde es interessieren, ob das Gas brennt! Ob du den in den Brand setzen kannst! Hm! Schieß mal auf den! Mit der Pistole! Schieß mal auf den! Mach! Ich brennt das Gas ja und dann fack halt der Abend und gut ist! Jetzt der da rein kann er nicht! Okay, passiert nichts! Die macht dich aus! Ups! Schieß doch mal auf den! Geh doch mal in die Küche! Mach doch mal! Also wir haben getestet, es brennt nicht! Der hätte ja sein können! Aber es macht ihn ein bisschen sauer! Vielleicht kriegen wir ja später Molotovs! Oder sowas! Aber der ist genauso panisch wie ich! Hast du das gemerkt? Du, jetzt, jetzt, jetzt! Rein hinter! Renn, renn, renn! 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 Wie geil da lacht! Ah! Ah! Mann! Blöde Kuh! Oh, da ist noch einer! Da ist noch jemand! Das kann man aus! Schieß! Ja, ich wollte... Geil! Da ist noch einer! Jetzt hör auf zu Lachen! Das ist doch nie wahr! Da kommt gerade noch einer rein. Ich geh raus hier, das ist doch nicht normal. Oh geil, guck mal, drei Stück. Alle, alle. Ja, seh ich, merke ich, fühl ich. Waffenwechsel, Waffenwechsel. Mach ich's doch, ich kann nichts mehr wechseln. Oh geil, das ist schon mal die volle Empfehlung. Ich kann nicht mehr. Boah, ich hab glitschige Hände schon, das geht gar nicht. Ich hab mich wirklich bemüht, aber es ging nicht. Gott, wo kamen die denn jetzt alle her, ey? Aber jetzt wissen wir, du kannst den erschießen, einfach. Ja, das wissen wir jetzt. Das wissen wir jetzt. Ja dann, Pinter und Clay, feuerfrei. Oh mein Gott. Ich muss jetzt erstmal wieder zu atmen kommen. Unnormal. Ich kann ja, Gott sage, im Laufen. Ich muss weiter links. Ach ja. Warte, ich bin eben K.O. Der kann ja nicht so schnell jumpen und so lange jumpen. Ich würd jetzt gern von hier so'n Scharfschützengewehr haben. Ja, dazu brauchst du die Teile, die liegen aber da drinne, wo du... Rein möchtest. In dein Panik-Room. In meinem, ja. In meinem Panik-Room. Nimm doch noch halt der Armbrust. Da kannst du doch, wenn du R2 gedrückt hältst, hast du diesen Zielbolzen und da kannst du halt voll aufziehen. Wenn du gerade den Blitzbolzen dafür nehmen solltest. Und dann... Ah. Zwei gedrückt halten. Dann siehst du ja die Flugbahn. Und dann kannst du schon mal... Nichts machen. Hä? Der hat den doch vorher getroffen, oder hab ich das falsch gesehen? Eigentlich schon. Was? Also... Na dann. Schieß. Nimm die Pistole zuerst, würde ich sagen. Das wird dann für die anderen. Schieß, schieß, schieß. Nein, ich warte, bis der zu mir kommt. Ja genau. Lieber, lieber... Dass er dir Angesicht zu Angesicht steht, als wenn er in der Entfernung... Jetzt such da... Der such dich doch so oder so. Ja, ist ja okay. Siehst? Ist ja okay. Siehste, verstehst? Jetzt schreit er. Jetzt hast du das. Wie jetzt schreit er? Jetzt platzt er. Nee, er hat nicht geplatzt. Hat dich angekotzt. So, genau. Jetzt hat er geschrien. Jetzt kommen die alle. Ist ja okay. Du hast doch gesagt, schieß. Nicht, du musst treffen. Du musst treffen. Ich kann nicht treffen. Boah, Alter, ich geb dir so die nächste Folge den Controller, dass du das machst. Woher soll ich denn wissen, dass der mich auch noch ankotzt? Mal hör auf zu lachen, das ist ernst. In den Blitzpolzen. Vielleicht kannst du ihn betäuben. Ich juckt ihn gar nicht. Das interessiert den überhaupt nicht, die Bohne. Das interessiert den überhaupt nicht, die Bohne. Was warst du denn jetzt? Weiß ich nicht. So. Du hast die Spatze verschwendet. Nein, ich sterb sowieso gleich. Das ist hier gar nicht verschwendet. So, jetzt hab ich die da alle rumlaufen. Ja. Weil du weggerannt bist. Du hast einfach draufgehalten. Weil du weggerannt bist. Der hat mich angekotzt. Da standen alle auf und alles mögliche. Nein, du hast geschossen und dann bist du erst mal ins Auto mit den drei Runden gerannt. Ja. Weil ich gedacht habe, dann sucht er mich halt nicht mehr. Dass er sich erst mal beruhigen kann. Ah ja. Okay. Das mach ich auch immer so. Ich schieße die Leute ins Bein und renne ich weg. Und hoffentlich beruhigen sie sich wieder. Ja. Das ist doch ein guter Plan. Ich glaub das funktioniert so nicht. Ich fand den Plan ganz toll. Guck mal, links am Auto ist einer. Den kannst du vielleicht von hinten weghebeln. Ja, das wollte ich. Kann ich nicht. Oh jee. Nehmen wir den großen. Ja. Ja, habe ich nicht gesehen. Ja, habe ich nicht gesehen. Es ist zu weit weg. Es ist zu weit weg. Es geht nicht. Das ist eine Schrotflinte, die hat keinen Kilometer Reichweite. Du musst relativ nah ran. Jetzt ist er, jetzt ist er alle. Ein Schuss, eine Pistole. Ja, gut, auf das es bringt. Daneben. Ja, ja, hat es gut funktioniert. So, neuer Plan. Neuer Plan. Ja, ich mache das noch in der nächsten Folge. Gut, neuer Plan, ich gehe zurück und speichere. Guck mal, ich nehme nur noch. Ne, nicht speichern, nicht speichern, nicht speichern. Ich nehme neuen Speicherplatz, oder? Ne, oder, ne, wir lassen das. Ich habe jetzt keine Munition und nichts mehr. Ja, das ist ja nicht mein Problem dann. Wenn wir bei dem anderen Speicherpunkt dann weitermachen, oder wenn du jetzt stirbst, dann wird das automatisch zurückgesetzt, dann haben wir die Munition auch wieder. Gut, dann renne ich jetzt mal hin und... Ne, versuch mal mit den Bolzen. Ich verstehe jetzt nicht, warum die Abfuß nicht funktioniert. Oh, ne, kann ich noch das Spiel mitnehmen. Hier haben wir. 4000. Oh, doch, könnte doch mal wieder gehen. Ne, ich denke, du bist zu weit weg. Ja, aber der ist doch in meiner Schussbahn hier. Guck mal, da steckt drin, aber wo passiert halt nichts. Ach, die so wenig Schaden, die Bolzen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ha? War voll drin. Ja, können Sie mal aufhören, ich wollte den Bolzen ausprobieren. Da jetzt, ne? Jetzt. Ja, aber er ist tot. Gut, jetzt hast du einen Blitzbolzen, hast du, glaube ich, noch. Ah, ne. Den Wolke-Bolzen, ja. Da, oh. Der Halten bringt doch nichts. Ja, ja. Du machst das eh alles besser und schöner als ich. Also, die Flaschen finde ich gar nicht mal schlecht jetzt. Wir haben keine mehr. Oh. Ah, doch. Siehst du? Du bist ja gestorben. Stimmt, du bist ja gestorben. Aber hier Nahkampf. War eine gute Idee mit den Flaschen, hä? Ja. Aber Nahkampf an sich ist jetzt nicht so. Ja. So. Hast du wenigstens jetzt noch irgendwas? Jetzt haben wir noch das Zeug auf dem Parkplatz ein. Ich dachte, du wolltest das sowieso noch mal machen. Da noch ein bisschen Gel. Ne, jetzt hast du es doch. Jetzt kannst du noch drunter das Zeug holen und dann fertig. Das Problem ist nur, dass es so rein ist. Ich gehe nicht rein, das Zeug holen. Ich glaube, da ist jemand drin. Da hast du noch die Blitzbolzen. Einen Blitzbolzen müsstest du noch haben. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir irgendwie eine Werkbank finden. Oder sogar zwei. Das mal... Ja, geh rein. Ja, klar. Da rein. Guten Tag. Da ist er. Da ist er. Schleich, schleich, schleichig. Schleich dich. Dann kannst du vielleicht doch mal was mal hinten. Was ist das? Krass. Jetzt war alles verbraucht, was wir haben. Ich wollte das Tor nicht aufmachen. Was ist los? Neh, mach mal die Munition. Tritt's mal. Wieso kann ich die Tasche denn nicht mitnehmen? Da sind irgendwo ein bisschen die Waffenteile doch liegen. Auf dem Werkbank. Ja, da sind sie. Mit den Teilen, dass ich das Gewehr reparieren kann. Jetzt kommt das Reparieren. Einmal frei. So, im Regal lag noch was rechts. Rechts, rechts, rechts. Rechts. Ich stand da vorm Regal. Mein Gott, dann sag doch das andere Regal. Ja, das rechts, genau. Soll ich's jetzt eben noch reparieren hier, oder was? Hm. Ich glaube, muss herstellen gehen, oder? Da unten, Frationsgewehr. Ja. Sehr gut. Sehr schön. Repariert. Schön. Soll ich auch Muni vielleicht hier was hin? Warte mal, warte mal. Wie viel haben wir? Ach, drei Schauhüten. Hohel. So. Ah, wir können gar keine Munition für das Präzisionsgewehr herstellen, ne? Ne. Da fehlt uns... Was? Ach, noch... Mach noch Bolzen. Ja, ein Schockbolzen. Ja, noch einen. Noch einen? Ja. So, dann... Ja, kannst du zwei Haarstellen drauf Bolzen? Mach ab, mach ab, ne? Ja, den Meiner Punen Bolzen. Dann noch drei Stück oder so. Ja, warte. Zwei? Ja, kannst du drei machen. Ein haben wir noch, das ist das Weltgute. So. Okay. So, ich hab mal jetzt noch... Mach noch... Das sind nochmal zehn. Dann haben wir noch... Wie viel kostet Schrot? Fünfe, also... Können wir jetzt vierer noch herstellen. Ja, mach mal vierer noch von den Schrot. Und den kannst du noch eh eine Patrone herstellen für die Pistole. Und dann ist erst mal Feierabend. So, jetzt kannst du noch fix zum Speicherpunkt rein und dann... Fix. Fix. Hoffen wir mal, dass das so fix geht. Na, Miltern ist noch was. Ach, guck mal, die hättest du umtreten können, hättest du die alle abfackeln können. War nicht schlecht. Ja, so was. Stimmt, ich hatte irgendwas gelesen. Mach, mach mal, mach mal einen neuen, mach mal einen neuen Speicherpunkt. Ich will dann... Ich will mal versuchen, ob man das mit weniger Munition hinkriegt. Du willst unseren Speicherstand manipulieren? Nein, wir machen dann mit denen hier schon weiter. Guck mal, guck mal, da sind auch ganz schön viele, ne? Wir machen dann schon bei dem Speicherpunkt weiter. Ich will bloß mal gucken. Ich würde die Szene nochmal... Offline. Wir spielen sowieso viel besser, wenn keiner zuguckt. Ja. Wir wären schon längst durch. Ja, das ist alles nur Show. Show muss go on. So, genau. Speichern. So, speichern. Und wir verabschieden uns schon. Ich glaube, wir sind schon mal drüber hier. Habe ich jetzt? Habe ich, ne? Ja, ja. Alles klar. So, dann bis zur nächsten Folge. Genau, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.